lecker tramazzini ja sozusagen die italienischen sandwiches aber die kann man natürlich auch anders benutzen zum beispiel in der variante tramazzini tricolore ja und das geht ganz einfach mit natürlich roten und grünen tomaten und ein bisschen mozzarella in der mitte ja das ist übrigens ein grund warum ich versuche jedes jahr auch grüne tomaten mit anzubauen und naja jetzt sage ich einfach mal guten appetit und das hier draußen zu genießen da wo auch die tomaten wachsen das ist noch mal umso schöner und schmeckt umso besser toll einfach köstlich tramazzini tricolore